Musik Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Anuel aus Liebe zum Film. Holoktober 7. Tag und Filmreview Nummer. Genau und nach zwei ernsteren Filmen habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal wieder etwas Lustiges an zur Unterhaltung und da habe ich mir ausgesucht, ihr seht es, die Killerhand. Ja, ich bin mir sicher, die meisten von euch werden diesen wunderbar geilen Film schon kennen und all diejenigen, die diesen Film noch nicht kennen, kann ich jetzt schon vorab sagen, besorgt euch diesen Streifen. Er ist absolut klasse, absolut sehenswert, absolut genial. Der Film ist von 1999, hat aber auch nach dem x-fachen Gucken und auch nach mehr als 15 Jahren auf dem Buckel immer noch nichts von seinem Charme und seinem Humor verloren. Also ich kann mich immer noch totlachen, so auch vorhin eben beim Gucken und auch die Effekte sind wahnsinnig gut gealtert, sieht immer noch sehr gut aus. Also die handgemachten Effekte natürlich mit ein paar computergenerierten Effekten, aber das Ganze sieht immer noch klasse aus, ist super witzig. Eine junge, knackige Jessica Alba, also wer möchte da nicht in ihrem Busch landen oder bei ihr an die Hintertür anklopfen, aber nicht jetzt, was ihr wieder denkt, ihr versauten Leute, sondern natürlich von Veranda-Seite aus oder der Sicht des Hauptprotagonisten. Ja, der ist ein junger Typ, ein bisschen vernebelt steht neben sich, genauso wie seine Freunde, ja, die sich das ein oder andere Mal etwas durch den Kopf gehen lassen oder mit Köpfchen agieren, sagen wir es mal so. Aber so stinkend faul sind, dass selbst als sie, Achtung Spoiler, sterben oder ermordet werden, gar keinen Bock haben in das weiße Licht oder in den Tunnel, ans Ende des Tunnels zu den Stimmen zu laufen, weil es einfach zu weit weg ist. Und so kehren sie halt als Zombies wieder, also das ist schon echt absolut witzig und ja, den Rest von der Story verrate ich jetzt nicht. Ich hoffe, all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, haben diesen Spoiler übersprungen, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Der Film rockt einfach nur von der ersten bis zur letzten Minute und auch die musikalische Untermalung, also der Soundtrack, diese Rockmusik passt natürlich perfekt. Das Ganze spielt an Halloween, also perfekt für den Horror Oktober und perfekt für Halloween und ich muss sagen, der Film ist einfach Weltklasse in Sachen Humoreffekte. Ja, Spannung jetzt nicht so unbedingt, aber einfach ein wunderbar unterhaltsamer Film und deswegen von mir 9 von 10 Punkten. Ja, das war es dann auch schon fast von meiner Seite aus, ich würde jetzt nochmal sagen, hoch die Hände, Wochenende, yeah, ein wunderbar geiles Wochenende steht uns bevor mit hoffentlich jeder Menge Filme und ich werde mir auch natürlich den ein oder anderen ansehen und dann für euch reviewen. Das war es von meiner Seite aus, ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus! Das war es von meiner Seite aus, ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus! Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus! Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus!